Liegt das auch gut an, ja, so, 2, 4, 6, 7, 7 Stämme, du, na, da liegen auch noch welche, boah, was hier überall, wie viele Stämme hier rumliegen, das ist ja echt krass, ich würde sagen, aber wir, wir machen erstmal hier, äh, ich denke wir verkaufen die jetzt erstmal gleich, so, gerade mal hier so ein bisschen, so, aber erstmal ausleeren und dann können wir das Holz noch verkaufen und dann würde ich sagen, mache ich eine Aufnahmepause. Ja, das hat es ja jetzt echt gebracht hier, so, so, ich muss ja eh nach da unten, so in diese Richtung, ich fahre jetzt einfach ganz vorsichtig hier runter, weil runterfahren kann dir nie schaden, aber hochfahren kann schaden, weil die dann nach hinten wegrutschen, deswegen fahre ich nach hier unten, um möglicher Steigung auszuweichen. So, ich mache mal gerade wieder mein Tempomat hier auf 35 einfach mal. So, ich fahre einfach mal hier querfeld ein. Das ist doch sehr, sehr schön so. Ja, so. Da haben wir auch schon direkt den Zirkus. So, ich müsste eigentlich echt richtig, richtig viel Money bekommen. Ich meine, das sind alles sehr lange Stämme, die sind alle ordentlich abgesägt und bearbeitet, dadurch, dass ich natürlich mein Ponze gekauft habe. Das ist natürlich jetzt auch wirklich viel, viel weniger Arbeit, aber selbst, wenn es viel Arbeit wäre, es wird sich trotzdem lohnen, denn es macht so viel Geld einfach. So. So. Ich finde das neue Tempomat-System echt nicht verkehrt. Dass man jetzt einfach auswählen kann, wie schnell man fahren will mit Tempomat. So. Machen wir mal gerade das Tempomat aus und stellen das mal wieder aufs Höchste. So. Da bin ich ja jetzt echt mal gespannt, wie viel ich dafür bekomme. Achtung, wir haben 1.940. Fast 50.000. Das heißt, wir haben fast 100.000 Euro. Gewinn gemacht. Wenn der Zug jetzt ankommt, dann haben wir, würde ich sagen, fast 100.000. Oh. So schnell kann man nicht einfach mal 100.000 machen. Also nirgendwo anders kann man so schnell 100.000 Euro machen. So, pass auf. 2.940.000. Mit so wenig Arbeit. So, fertig. Fertig. Entschuldigt mich bitte für diesen kleinen Sprung. Meine Festplatte war voll. Auf der ich aufnehme. Und ich entschuldige mich jetzt auch für den Rest der Aufnahme für eventuelle Ruckler und kleine Asynchronisation. Denn ich nehme jetzt auf dieselbe Festplatte auf, auf der ich auch das Spiel laufen habe. Deshalb könnte es zu kleinen Rucklern brommen. Ach komm, halt die Fresse, ey. Jetzt habe ich mich schon wieder auf online gestellt. Und schon fängt er wieder an. Jo, jo, bla, bla, bla. Geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, was ich sagen wollte, ähm, ja, der ist fertig. Wir klappen die Erntemaschine ein. Und ja, ähm, wir können rein theoretisch nochmal schnell das hier zurückfahren. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal an und lassen den hier weitermachen. So. Der steht jetzt auch schon wieder komisch. Weil ich neu geladen habe. Also mit dem Speichern, das funktioniert doch nicht so hundertprozentig. So, ja, wir haben nur noch 60.000 Euro Schulden. Das heißt, wir könnten rein theoretisch uns den Jens holen. Den guten Häcksler. Aber, ähm, bevor ich das tue, ähm, beginnt eine neue Aufnahmesession erstens. Und zweitens hole ich mir einen besseren Kipper von dem Geld. Und dann den Jens. Ja, das war schon die Ernte. Ging ja echt eigentlich relativ schnell. Waren jetzt, na gut, jetzt kann ich es halt nicht mehr sagen. Waren drei Stunden, glaube ich. Drei Stunden Aufnahme, Alter. Bei LS13 habe ich noch, glaube ich, nie drei Stunden am Stück gespielt. Aber mir war vorher immer zu langweilig dann. Das ist schon echt cool. Also wirklich. Eins der besten. Ne, das ist der beste LS-Teil. Ja. Ganz einfach. Was ich halt auch cool finde bei LS. Es wird nie ein Feature rausgenommen. Es wird immer nur draufgepackt. Ich habe noch nie gesehen, oder mir fällt zumindest nichts ein, was schon mal in LS vorhanden war, aber irgendwie rausgenommen wurde. Doch, selbst Fahrspritzen. Aber, die sind auch unnötig. Und, äh, ja, deswegen würde ich die nicht vermissen. Und außerdem das Feature, nämlich das Spritzen, bleibt ja weiterhin bestehen. Es wird ja nicht, es gibt nicht wirklich ein Feature rausgenommen, sondern nur ein Teil des Features. Äh, ja. Warten wir mal noch. Äh, dö, 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 dö. Ich könnte rein theoretisch jetzt mal zurückfahren. So. Also ich würde sagen, ich mache gleich mal eine Aufnahmepause. Ähm, da hinten. Ja gut. Aber haben wir wieder einiges geschafft. Wir haben den Ponze, Leute. Wir haben den Ponze, äh, Scorpion King oder wie der heißt. Und das ist doch schon mal was. Das, das macht mich echt glücklich und ich finde das echt super toll, wie das funktioniert. Ähm, das ist echt nicht verkehrt. So. Nun gut. In der nächsten Session, äh, machen wir Feldnummer 38, äh, bereit, düngen 29 und 24 und laden weiterhin Holz auf. Äh, klare Ansage. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt erstmal kurze Pause. und, ja. Was heißt kurz zur Pause? Ich mache jetzt eine Aufnahmepause einfach. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.